Hi, ich bin Leila. Ich studiere im 8. Semester Religionswissenschaft im Profilfach und Franco-Romanistik an der Uni Bremen. Ich zeige euch jetzt, warum Bremen so cool ist. Hier ist eine der Kuriositäten überhaupt für mich an Bremen, nämlich ein Weihnachtsladen, wo 365 Tage im Jahr Weihnachten ist. Man kann hier echt ganz gut einfach rumliegen oder chillen. Man kann ja, was man da auf der Wiese halt macht. Man kann Frisbee spielen, man kann nicht gut Fahrrad fahren oder Inliner fahren und so was. Ja, aus der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hintergrund ist eben diese Will-Wall-Fähre, mit der kann man rüberfahren über die Weser zum Café Sand und eben auch zum Strand. Und das ist eben super, dass man sich sofort runterrollen lassen kann und dort im Wasser liegt. Man hat so alles auf einem Fleck. Wenn man irgendwie Lust hat auf Party, geht man ins Viertel, weil da ist eigentlich auch gefühlt immer was los. Uni Bremen, weil ich denke jetzt gerade an Alice im Wunderland, wo man in diesem Raum steht und man hat so ganz viele Türen, die man benutzen kann. Und ich glaube, so ähnlich ist die Uni Bremen. Man hat unfassbar viele Möglichkeiten und muss die Türen eben einfach nur aufmachen. So, das waren meine Highlights in Bremen und du weißt jetzt warum. Tschüss! So, das war's. 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 So, das war's.